Nein. Hagi, kommst du mit? Also, du musst jetzt hier ins Loch rein. Äh, ich, äh... Oh, passt du hier nicht rein? Ich bin zu... Hey Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Tour. Herzlich willkommen zu einem weiteren Roblox-Video. Tatsächlich. Ihr habt den Titel bestimmt schon gelesen, wir spielen heute in Roblox Survive the Killer. Das heißt, ein Spieler auf der Map hier ist der Killer und versucht uns zu schnappen. Denn wir sind natürlich schneller und laufen weg. Der Denome ist natürlich heute auch wieder mit dabei. Wir versuchen vor dem Killer zu entkommen. Allerdings werden wir später auch nochmal den Spieß umdrehen. Wir werden uns, ihr seht es hier schon, oh, da ist er auch schon, Hagiwagi. Wir werden uns später in Hagiwagi verwandeln. Und dann machen wir Jagd auf die anderen. Wird ein richtig cooles Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben, da abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr in Zukunft keine Videos verpasst. Und damit wir es schaffen, dieses Jahr noch 200.000 Abos zu erreichen. Aber jetzt erst mal viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Mensch, Julfa. Hast du es gehört, Mann? Wir sind hier in so einem Mörder-Nest, Alter. Naja, die Neuigkeiten sind bei mir schon angekommen. Wir müssen richtig gut aufpassen. Oh, der nächste Killer ist bereit. Hä? Was ist das denn? Weiß ich nicht. Irgendwann, wer ist denn das da unten? Hallo? Warte. Oh, Alter, was ist das denn für ein Killer? Wo bist du? Ja, siehst du das? Der verfolgt mich. Hilfe. Ich sehe dich von hier oben. Ja. Oha. Ja, nein. Ich habe ihn. Der Gravity Gun aufgehalten. Hast du ihn hops genommen? Ja, so halber. Alter. Er nimmt die... Oh, er... Nein, 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 nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Beeil dich, beeil dich. Ich bin so tot, Digger. Ich bin so tot. Ich bin weg. Oh nein, hat er dich erwischt? Oh no. Er hat mich... Er hat mich gemacht. Was ist das? Was ist das für ein Killer? Der Team hat mich so weggeschlitzt. Der redet ja mit uns. Was erzählt der? Weiß das nicht. Frag ihn mal. Geh mal zu ihm hin. Jetzt macht er Jagd auf mich. Warte, warte, warte. Ich bin da, ich bin da, Bruder. Gravity Gun. Oh, verdammt. Das hat nicht geklappt. Oh, er ist direkt hinter mir. Nein, 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 nein. Ich kann nichts machen, Bruder. Ich kann nichts machen. Oh nein, der Killer will mich. Er will mich. Er will mich. Hä? Der ist ja viel schneller als hier. Ist ja voll unfair. Easy. Ich habe ihn aufgehalten. Gar kein Problem. Er ist jetzt an der Treppe stuck, Alter. Wo ist er denn? Ah, da unten. Wo bist du? Du bist da. Ich bin hier, Mann. Wo bist du? Ah, da oben. Ich bin hier oben. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Du machst also den Gumbler-Move, ja? Ich muss ja immer beobachten hier. Pass mal auf. Zack. Okay, er ist weg. Das war's, das war's. Ja. Ich sag dir eins, ne? Ja, das ist, äh, oha, du mit der Gravity Gun, ey. Weißt du, was ich gleich machen werde? Wenn der Killer kommt, Digga, dann will ich dich erstmal hobs. Wen? Mich? Nein, komm mit. Ich zeig dir jetzt mal was. Ja, lass sehen, lass sehen. Er ist wieder da, ne? Ah, ja. Okay. Die drüben ist ja auch noch in Haus. Kann man da rein? Komm mit, komm mit, komm mit. Ich komm, ich komm, ich komm. Du musst jetzt ganz schnell rauf springen und dann den Laser aktivieren. Let's go. Spring auf meinen Kopf. Ja, ja. Und jetzt? Und dann rüber. Oh. Nein, wir kommen ja nicht rüber. Ja, warte, gib mir ne Sekunde. Let's go, komm rein. Ich komm, ich komm, ich komm. Easy, Digga, easy. Warte, warte, ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Ich hänge fest hier. Warte, geh mal weg, geh mal weg. Jetzt. Ne, geht nicht. Hä? Was ist da denn los? Unsichtbare Wand, es geht nicht. Doch, ich hab's geschafft. Easy. Gar kein Problem. Oh, Mann. Laser ist aktiviert. Sind wir hier jetzt sicher? Okay. Ja, also hier sind wir auf jeden Fall safe. Oh, nice. Guck mal, was hier drinnen so ist. Ich würde nicht zu allem hinrennen. Wenn du jetzt irgendwo hinrennst, setzt du dir das entsprechend auf. Ja. Deswegen musst du hier vorsichtig sein. Wir können uns doch so eine fetten Rüstung holen, Mann. Oh, wow. Hör dir die mal an. Was ist? Yo, die sind ja richtig gut. Der sehe ich mich, Digga. Uh. Yo, ist ja richtig babamäßig. Ich bin Iceman. Wow, wer bist du denn, alter Skeletten? Irgend so ein Stein-Golem oder so. Guck mal. Sieht aus wie Stein. Junge, heftig, Alter. Warte mal, ich teste noch eine andere. Richtig fiese Rüstung, Alter. Ist das hier? Oder die... Oha. Die sehen auch richtig wild aus, ne? Richtig nice. Warte mal. Hey, die behalten wir, oder? Ja, das ist richtig gut. Let's go, Mann. Richtig nice. Digga, diese Skelettenrüstung, die sieht so gescheuert aus, Mann. Warte mal, ich muss den Killer kurz aufhalten. Oha. Ja, pack ihn dir. Oh, ich glaub... Ich hab da jemanden... Wir sind gleich dran, ne? Stimmt. Ich hab ihm die Gravity Gun gegönnt. Verdammt, ey. Du hast ihn hops genommen, ne? Den armen Kerl. Leider. Oh, hier ist ja noch ein Haus. Ja, Mann. Wir haben ja auf jeder Ecke so eins, ne? Was ist da drin? Ich weiß gar nicht mehr. Hier oben kommst du nur durch so einen kleinen Trick rein. Oh, okay. Du gehst mit Kamera einfach hinter die Tür. So. Oh, oh ja. Ich hab's geschafft. Nice. Du gehst mit der Kamera schön hinter die Tür und drückst einfach den Knopf. Auf entspannt. So kommt man hier rein. Oha. Impostor einfach, ne? Zieh an. Oh. Yo. Ultra stark. Ey, weißt du was? Ich glaub, ich hol mir mal einen Shop. Was kostet... Oh, der Epic. Hä? Was geht denn jetzt ab? Was ist das für Musik? Äh. Was geht denn jetzt ab? Ja, ich weiß es nicht. Der Killer da hinten. Ist das Kajo? Das ist Kajo, Mann. Oh, der ist voll schnell. Geh da weg. Ach du heiliger Mann. Was ist bei dem denn los? Guck mal, wie schnell der ist. Lass abhauen. Lass abhauen. Warum ist der so schnell? Der Kajo, der bastelt den ja richtig, Mann. Oha. Okay, dann kommen wir... Dann gehen wir jetzt mal hier runter und dann zeige ich dir mal den Knast. Okay? Wie, den Knast? Ich zeige dir jetzt mal den Knast. Okay, ich bin gespannt. Du musst mir vollends vertrauen, ne? Ja, okay. Du kannst dir die Zelle da mal ganz entspannt angucken. Da drin ist, äh... Sag mal so, Mann. Da drin ist ein heftiges Item. Okay. Soll ich reingehen? Ja. Und jetzt? Wo ist denn das... Aber wo ist denn das Item? Das Item ist gar nicht da. Hey. Ich hab dich hier eingesperrt, denn ich bin ein Imposter. Du musst mich... Lass mich doch raus. Tut mir leid, Bruder. Ich bin doch... Ich bin doch auch ein Imposter. Also, ich stell dir eine Prüfung. Dann darfst du auch wieder raus. Okay, okay. Nenn mir die ersten 365 Ziffern von Pi. Bitte, wie viele Zahlen haben sie gesagt? Was? Wir sind doch... Oh! Hilfe! Was ist denn hier passiert? Was ist da jetzt passiert? Hä? Guck mal, wie sehe ich denn jetzt aus? Hä? Hab ich dir gerade... Mein Körper ist weggeflogen. Hab ich dir gerade... Hä? What? Guck mal, ich bin auch... Ich hab dich einfach rausgezogen. Ja, mein. Ich bin auch durchsichtig jetzt. Ich bin einfach ein Geist geworden. Hä? Loll. Was hast du gemeint? Ich zieh ihm mit der Gravity Gun einfach die Ausrüstung runter. Nein, tatsächlich. Stopp, stopp. Ja, mein. Ich spring ins Loch. Was ist denn das hier? Was? Ich spring ins Loch. Nein. Du es nicht. Zieh dich um hier. Okay. Vielleicht geht das ja. Geht das? Nachdem ich dir... Noch was geklaut habe. Okay, doch nicht. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Na gut, dann spring ich jetzt auch ins Loch. Ja. Oh. Ich spring hinterher. Oh. Oh nein. Oh. Wie kommen wir denn jetzt? Also, weißt du, wie ich mein? Äh. Och nee, ne? Oh oh. Oh nein. Oh mein Gott, hier ist Cartoon Cat. Tjulfa, wo bist du? Oder? Tjulfa? Ich... Ich kenne keinen Tjulfa. Aber Denno... Verpiss dich! Oh! Mein Arm! Denno, ich bin hier... Hagiwagi, du willst dich alles mit mir anlegen. Ja, verpiss dich! Ich bin... Ich bin hier, um dich zu holen. Lauf besser schnell. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Lass mich in Ruhe, du verdammter Sack. Ich krieg dich, ich krieg dich. Oha! Ich zieh ihm das Fell über die Ohren. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Du hast mich angeschossen. Bleib gefällig stehen. Ich schieße dich nochmal an. Oh. Ja, da ist doch ein Teil weg. Nee, das war mein Halsband. Hör auf. Jawohl. Ja, komm doch. Ja, komm. Warte, ja. Oh, 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 Alter. Ja, hast verfehlt. Nicht schlecht. Hast vorbeigeschossen. Aber du willst mich ja prügeln, oder? Du willst dich... Nein, ich will mich nur umarmen. Nur umarmen. Okay. Nur um... Nur um... Hey, bleib stehen. Hey. Stopp. Oh, 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 okay. Du musst auch... Ah, ja, ich umarme dich. Das ist der Sammler. Alter. Was geht bei dir ab jetzt? Hör mal auf mit dem Scheiß. Ach man, Hagi, das war doch nicht so gemeint. Ich schnapp dich. Zack. Ja, komm. Oh. Nein. Hagi, kommst du mit? Ja, ich komm mit. Also, du musst jetzt hier ins Loch rein. Äh. Oh. Ich, äh... Oh, passt du hier nicht rein? Ich bin zu... Ich hab dich veröppelt. Zack. Warte. Verkleidung. Ich, ich bin gar nicht der. Ich bin gar nicht der. Wo ist er? Oh. Hallo. Was ist passiert? Oh, nein. Ich hab dem Typen das Gesicht weggeschossen. Jo, hier fehlt die Hälfte. Oh, nein. Er hat Impostor-Kleidung an. Hilfe. 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 Aber warte, ich... Da unten ist er. Da unten ist er. Da unten ist er. Komm, komm, komm. Das ist ja noch ein Hagi. Der echte Hagi ist hier. Oh, nö. Hagi, lass mich in Ruhe, bitte. Yo. Er ist voll am Sprinten. Leute, Hagi kommt. Hilfe. Tyulfa, wo bist du? Er hat mich gleich... Ich hole... Er kommt zum Baumhaus hoch. Oh, Gott. Warte, ich kann den nicht hochklettern. Ich hab ihn abgehängt. Hi, ich bin auch Hagi. Hi, Hagi. Hallo, Hagi. Auch ich bin Hagi. Du willst also nicht anders, ne? Hagi, ich bin auch Hagi. Das ist der aller echte Hagi. Er schnappt sich alle. Du bist ja nur eine billige Fälschung. Ich bin gar nicht billig. Ich soll die gute Verkleidung. So, Leute, das war's mal wieder für eine Folge von Roblox. Richtig, richtig verrückt, was wir heute alles erlebt haben. Und wir waren selber als Hagi-Wagi unterwegs. Ziemlich, ziemlich cool. Aber das war's für dieses Video. Lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hier drüben habt ihr noch ein, zwei Videos, die ihr bestimmt auch mega cool findet. Ansonsten könnt ihr hier drüben gerne ein Abo dalassen. Oder, wenn ihr Minecraft mögt, könnt ihr gerne auch meinen Minecraft-Kanal auschecken. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.